Kurz Soundcheck, ob das stimmt. Oha. Laut. Okay. Sehr schön. Okay. Und wenn das funktioniert, wir drücken X zum Starten. Und damit seid gegrüßt, mein Name, meine Genome, Hobbits und den Leuten zu einem neuen Let's Play mal schauen. Hier zumindest erstmal zu einem kleinen Anspielen. Ihr seht schon, da gibt es einen Fortsetzen-Button. Ich konnte es nicht lassen. Ich habe schon angefangen. Ich habe die ersten paar Minuten schon gespielt. Die ersten zwei Minuten einmal kurz reingeschnuppert, wie das so funktioniert. Ob man das im Stream spielen kann. Das muss ich mir natürlich angucken, bevor ich das hier mit euch gemeinsam spiele. Ob das was ist, was man im Stream zeigen kann. Aber wir starten heute ein neues Spiel. Wir legen direkt los. Kurz in die Endstellung schauen. Ja, Vollbild. Vollbild bitte. Vollbild bitte. Nein. Ja. Kontrast Schwarz-Weiß. Okay, jetzt kommen wir runter. Musik dort stärker. Ja. Ich würde sagen, ist in Ordnung so. Starten wir ein neues Spiel. Auf geht's. Neues Spiel. Hier durch wird der alte, ja, gelöscht. Ja. Und mit den Pfeiltasten steuern wir uns hier. Hoch, runter, links, rechts. So, schauen wir uns erstmal an, was wir hier haben. Wie können wir den Sachen italieren? Wir haben wohl ein Hundchen, bis es auch schaut. Um die reden können wir nicht, oder was? Okay, hier haben wir ein Bild. Poster an der Wand. Ein Bett. Können wir uns wieder schlafen legen. Okay. Gehen wir mal raus. Briefkast next rum. Keine Briefe heute. Tja. Okay, hier ist ein Krab am Strand. Ein Krab am Strand. Das Wasser können wir nicht. Wir spielen ein kleines Kleiner. Ich weiß nicht, was es ist. Mit dem Schnabel sieht es fast wie ein Enter aus. Es ist halt ziemlich verpixelt in dem 16-Bit-Stil. Ja, 16-Bit würde ich sagen. So, aber jetzt schauen wir mal. Wie war jetzt hier das Arnteilbeginn? Oh, da liegt ein Schwerz. Halt ein Schwerz. Sofort setzen ich es drücken. Und da seht ihr oben den Timer. Jetzt haben wir hier noch 55 Sekunden Zeit. Läuft der Timer ab. Und wir haben so viel Zeit jetzt hier. Und die Welt zu erkunden. Hier ist das Wasser angenehm warm. Okay. Okay, der sagt uns, dass das Wasser warm ist. Mit dem Schwert können wir jetzt glaube ich... Wie greifen wir an mit dem Schwert? Und wir haben nicht viel Zeit. Schwerz von das ist ein X. Ah, okay. So können wir jetzt das Gras zerstören. Jetzt können wir auch an bestimmten Stellen weiter, wo wir vorher nicht weiter konnten. Okay, den Baumstamm kann nicht zerstören. Oha! Die Zeit ist vorbei. Und wir können jetzt hier die Monster besiegen. Direkt vor der Wütter. Da könnten wir jetzt oben weiter... Oh! Keine Zeit mehr. X. Oh Hundi. Jetzt mit dem Hundi. Und wir haben keine Zeit. So, nach oben. Da wollten wir mal lang. Okay, hier geht es in die Minen oder was? Da drin ist alles dunkel. Vorsichtig also. Okay. Zappen Duster. Au. Schlangen. Du bist tot. Ja gut, man vor der Zeit stirbt. Okay, wir fressen nichts drin. So, dann gehen wir da vielleicht mal nicht rein. Okay, hier können wir durch nichts machen. Boot haben wir noch nicht. Warte, dass wir hier drüber könnten. Wir müssen wahrscheinlich irgendwann durch den... müssen wir ein Licht finden, dass wir da durch können. Okay. Hier können wir jetzt durch. Was haben wir hier? Ich wünschte, ich hätte etwas Musik. Man muss sich um die 5 Krebs kümmern. Hier war immer viel los. Achso, die Krebs müssen wir besiegen. Das ist unsere Quest jetzt hier. Okay. Unsere erste Quest ist die Idee, die Krebser zu besiegen. Ich bin jetzt zurück. Ich habe auch schon 2. 5 Krebs haben wir jetzt erfahren, dass es 5 Krebs gibt. Das ist das verfluchte Schwerens. Okay. Wo sind die Krebser? 2. 2. 2. 3. 4. 5. Endlich im Ozean zu. Manchmal... Ich habe keine Zeit, trinke ich den Boten und was den Schatz angeht, Vorsicht vor den Haien, schwimm lieber bestlich. Ah ja, das ist ein kleiner Hinweis, den wir nie erfahren werden. Weil das zu lange viel braucht. Verdammt, wir sterben hier noch. So, Fünfer, da müssen noch irgendwo 3 sein. Wo sind 3 weitere Krabben? Irgendwo müssen noch 3 weitere Krabben sein, die müssen wir finden und eliminieren. Ok, hier nichts. Sieht nicht immer aus. 3 Krabben besiegen. Ok, wir haben keine Zeit. 3 Krabben, hier oben vielleicht. Ja, da sind die 3 Krabben. Nein! Sehr schön, wenn die 3 Krabben besiegt. Ich hoffe das reicht jetzt auch. Wahrscheinlich nicht. Ah, da sind die Dreck, da sind es 2 wieder, Sekunde, Verdammt, ich bin tot, den Dreck Ramm besiegen und zu dem Shop Besitzer zurück, ok, das wird knapp, jetzt haben wir eine wertvolle Zeit verschwindet, um die herumgegangen sind, so, wenn wir schnell sind, dann schaffen wir es vielleicht, Verdammt, wir sind tot, ok, hops, 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 und hoch, haben wir gut 50 Sekunden Zeit, doch, jetzt hier ganz schnell, wir wissen, wo es lang gehen muss, jetzt geht es Eiler, nicht vermasseln, so, hier runter, wir haben den Kram besiegt, wir halten Kaffee, die Krebs sind weg, hier hast du einen Kaffee, du solltest Kisten schieben, ich werde nur die richtige Musik, Kisten schieben, ok, aber mit dem Kaffee können wir jetzt Kisten verschieben, Ah, sehr schön, sehr schön, neue Eigenschaft gelernt, jetzt können wir hier, irgendwann können wir ihn auch beim Stiefel bewegen, ok, suchen wir unsere nächste Quest, oh 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 oh, Schade, bitte komm schnell zur Fabrik, ok, zur Fabrik ist unser nächster Quest, Boot kaputt gemacht, Kisten schieben können wir jetzt, ok, hier bringt es nichts, hier können wir Kisten schieben, hier bringt es uns relativ wenig, verdammt, ok, hier oben war ich noch nicht, jetzt können wir in die Kiste verschieben, was relativ blöd ist, das sind Schlüsse, wir erhalten Leuchtturm Schlüsse, sehr schön, der ist wahrscheinlich weg, wenn wir jetzt hier sterben, ich weiß nicht, Neustart mit C, ok, wir versuchen mal, ob wir zum Leuchtturm können, ich weiß nicht, wie lange wir hier brauchen, wie viele Versuche wir brauchen, ok, im Leuchtturm sind wir drin, wird wahrscheinlich ein Stream reichen, um hier Sachen zu machen, ok, Taschenlampe, ah, das ist sehr gut, die brauchen wir nämlich für die Höhle, weißt du, so, so erkundet man hier was, so erkundet man hier die Welt, nach und nach, die Endgüsten, die man braucht, dem Opa können wir dann nichts zu hören, auch wenn ich das sehr gerne tun würde, ok, zur Fabrik sollen wir kommen, meint er, dann wollen wir im nächsten Versuch, ok, das können wir im Dunkeln in der Höhle sehen, mit der Taschenlampe, jetzt rein hier, sehr vorsichtig, sehr schön, jetzt stoßen wir nicht mal auf die Schlangen, verdammt, es bringt ein Herz Schaden, jetzt sind wir tot, ok, wir müssen schneller durch die Höhle durchkommen, und dann ist die ja vorbei, irgendwann haben wir das drauf, das wäre eine Abkürzung, Abkürzungen sind nicht schlecht hier, und weiter, hier müssen wir runter, grüter Schildermacher, ok, da kommen wir nicht hin, Schildermacher, Neues Zuhause Gebet, ah, sehr schön, jetzt können wir von hier aus starten, das ist praktisch, Sneaker Shop, nochmal Naga Feuer, au, heiß, nochmal ein Tempel, ok, jetzt können wir von hier aus ausbrechen, zu Fabrik sollten wir, ok, kommen wir hier rein, ok, wir können ja sehen, also, wir haben jetzt einen Bosskampf, ich habe meine 18 Takke verloren, hilfst du mir, ok, wir müssen den 18 Takke entfinden, oha, das ist schwierig in kurzer Zeit, äh, ja, hier nicht, ok, 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 jetzt machen wir wann anders, geringlose Wüste, zum Schildermacher, ob wir das schaffen, Oh, klasse Schildermacher, ich habe von allen Orten Karten gemacht, der Schwerbsruf, oha, gar nichts, Gerücht, ok, noch kein Baum, hier ist da eine Säge, eine Säge an uns nehmen, kann man aber nicht, klasse Schildermacher, ok, das bringt uns, können wir die Säge aufnehmen, scheinbar nicht, ok, Sneakershop gibt es hier, diese blöde Wüste ist ewig groß, und da ist nix, drüber Punkt, ok, gehen wir hier einkaufen, sieben Münzen, ich habe keine Münzen, ich bin in der Schuhe, wo kriege ich Münzen her, verdient man die Münzen, verdient man die Münzen, oh, im Müll haben wir es eine Münze, du hast eine Münze gefunden, sehr gut, ist da noch eine Münze, oder? Ich muss die Sachen zerstören, um Münzen zu finden, oha, habe ich hier hin geraten, ich habe keine Z zu verlieren, Sneakershop, hier geht es durch, jetzt finden wir noch mehr Münzen, aha, eine Münze gefunden, aha, ok, gefangen, ok, da kommen wir nicht zurück, Ah, doch, haben wir das jetzt hier früher immer verkackt, oder? Wie kommen wir jetzt hier durch, jetzt noch mehr Münzen, müssen wir erstmal sterben, dass wir das nochmal machen können, Jetzt müssen wir sieben Münzen irgendwie zusammen kriegen, damit wir hier, ok, jetzt ein bisschen überlegen wahrscheinlich, nicht. Okay, wollen wir das jetzt hier schieben? Das schaffen wir irgendwie rüber zu schieben? Also nicht. Jetzt müssten wir es wahrscheinlich irgendwie hier hinschieben, dann könnten wir da hoch und dann... Ich verstehe. Ich will die Polizei! Nicht nötig, ich bin schon tot. Der wird sich wahrscheinlich ändern, dass wir ihn geboxt haben. So, können wir den in die Box irgendwie... Da fehlt noch alles nix. Okay, da können wir nix. Da mach ich nix. Da ist sowieso das Tier. Samson haben wir schon. Ich will da rufen, hilft da mal jemand. Wasser. Okay, aber rufen wir mal Wasser her. Mit großen, weiten Wülster. Da kann man sich wirklich nur verlaufen. Oh. Da ist die Pflanzen entfliegen. Okay. Was ist das? Okay. Achso, da braucht man die schnelleren Sneaker wahrscheinlich. Und jetzt kommt man Wasser, brauchen wir noch zum Löschen. Mit der Flammen, um mit dem geheimen Tempel weiterzukommen. Da braucht man eine Säge für die Bäume. Und wir hier nicht kriegen. Und schnelle Stiefel. Kippen wir nicht weiter. Ach, das Zentakel hat er. Okay. Ist das eine der Zentakels oder... Hm. Ne, das sind nur Baumstümpfe. Die können wir nicht weiter ohne... Einmal Wasser. Tja. Erstmal zum Schildermacher. Jetzt müssen wir da von links her kommen. Jetzt müssen wir da von links her kommen. Und dann geht es weiter. Wir können auch noch die Stähle kämpfen. Das bringt nichts. Und dann kann ich den Stähl bekämpfen. Und dann brauchen wir... Dann brauchen wir... und dann brauchen... Wir brauchen Münzen. Hm. Für 5 Euro Münzen. Bis dann. Hier keine Münzen. Aha. Ruinen. Gibt es also Ruinen. Ok. Die werden die erreichen. Wir haben nun Schnellschuhe. Vielleicht gibt es da Geld für den Sneakershop. Bei den Ruinen. Ruinen in der Richtung. Verdammt. Sieht aus, als gäbe es hier was. Verdammt. Sieht aus, als gäbe es hier was. Na ja, hier müssen wir lang. Verdammt. Lass mich auch mal wieder treffen. Mist. Zu viel Kram hier. Zu viel Krebs. Da besiegen wir den Krebs. So. Hier, hier. Vorher übersiegt werden. Und dann. Ach komm. So viel Krebs. So viel mein Geschmack. Noch ein besseres Schwerens. Wollen wir vielleicht mal von unten kommen. Das ist eine Münze. So. Nummer 3. Verdammt. Die Becken benutzen wir sowieso nicht. Sieben benutzen müssen wir finden. Verdammt. Schneller Arsch. Krebs werden nicht töten. War hier nicht der Shop? Ah hier der Bus. Verdammt. Krebs sind zu mächtig. Krebs Gank. Bekannte von der Wolf Gang. Verdammt. Dürfen wir uns nicht mehr treffen lassen. Die Rosinen sind wahrscheinlich noch weiter wie Weltwetter gehen. Die Richtung kriegen wir dann mit schnellen Schuhen wahrscheinlich hin. Oh. So. Okay. Können wir dich irgendwie besiegen. Dann für die Münze kriegen. In der Zeit wahrscheinlich nicht. Versuche dann mal weiter zu erkunden. Das liegt ja schon bringt noch nichts. Vielleicht kriegen wir hier irgendwo eine neue Sache. Eine endlose Wüste wahrscheinlich, wo wir jetzt hingehen. Ne, das bringt nichts. Da gehen wir uns sonst lang. Das ist mal eine schöne Stadt im Hauland. Überdruck ab. Die haben nicht so viel Zeit. Und sind auch noch nicht so viel Zeit. Schauen wir mal, wie weit ich komme dort an der Mauer. Darf man sich natürlich nicht aufhalten lassen. Von Krebsen oder so. Ok, das ist interessant. Jetzt ist der Eingang, den wir nicht nutzen können. Ok, dann noch 30 Sekunden. Schaffen wir es noch ein bisschen. Und da brauchen wir auch den schnellen Schneecher, für das wir hier weiter kommen. In der Zeit glaube ich nicht zu schaffen, je weiter. Mit dem Tempo. Irgendwas zu erreichen. Ne. Wir müssen weit in die Richtung gehen, mal gucken, ob wir noch Münzen kriegen. Versuch es mal in der Richtung. Hier scheint ja schon was gewesen zu sein. Wird es hier weitergehen? Könnte sein, dass wir da auch irgendwo mal ankommen. Ok, hier gibt es den See. Dienst ihn zu besiegen oder verdammt. Ich werde hier mal weiter rennen. Den Gästchen zu dem Pflanzengäst zu besiegen ist vielleicht auch eine Lösung. Hier kommen wir nicht weiter. Ok. Jetzt mal ein bisschen nach unten. Geist, kommen wir den irgendwie besiegen? Ich denke, das wäre etwas, wenn wir den besiegen könnten. Hm, können wir glaube ich nicht. Er ist zu mächtig. Wasserfähigkeit müssen wir noch irgendwie finden. Das Feuer im geheimen Tempel finden würden. Wenn wir das irgendwie ausmachen könnten. Ja, schön. Tentakel Ah, okay, hier geht es vielleicht noch lang. Ein Labyrinth, das werden wir nie durchgekommen werden. Wir haben nicht die schnellen Schuhe. Mit 8 Tentakel, können wir es mal versuchen. Nein, das ist ohne Sneaker für unmöglich. Das ist ein sehr schönes Produktplacement übrigens. Schön platziert. Das ist so, ob das Klappe rund. Keine Zeit verschwenden. Vielleicht schaffen wir es ja sogar. Schaffen wir es nie wieder zurück. Ohne schnelle Sneaker sehe ich hier keine Hoffnung. Ja, das ist wirklich. Ja, das ist hier wirklich. Da brauchen wir eine Sneaker für. Ohne. 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 Ich finde es nicht geil. Wie sieht man das für 3? Und hol die Polizei doch. Die Pflanzen zerstören offensichtlich nicht. Hier unten wird erklärt er uns was. Ich habe von allen Orten Karten gemacht. Der Schwertwurf Oasengeist ist ein Gerücht. Ich habe mal gesehen. Was hat man dieses Schwert? Die Säke sollte man mitnehmen? Ich weiß nicht. Ok, ich würde mal sagen, ich mache eine kurze Aufnahmen Pause. Ich schicke den Warteraum, wenn das geht. Ich kann es hier irgendwo in einem Lager machen. Ich kann es hier auch noch gut machen. Ich kann es hier auch noch gut machen. Ich habe zu viel Zeit hier mit. Ok, ich denke die Lösung ist wirklich erstmal den Gäste Typen hier zu besiegen mit den Pflanzen. Ich kann ihm jetzt nicht helfen. Er braucht Wasser. Ich habe da vermutlich ein Tutorial gesehen. Das ist falsch Tatsache mit Gott. Wieso war der? Ja, was mache ich jetzt noch. Ich komme hier auf den Pflanzen. Und wenn das mal die Pflanzen zerstört. Damit der Schutzschritt weg ist. Verdammt. So geht Neustart. Jetzt können wir das gleich tun lassen. Jetzt wo ich es weiß, wird es öfters passieren. Versuch es mal mit rechts, rechts, rechts. Ist das Bild immer gedrucken worden. Der Ton muss doch die Oase sein. Verdammt. Schnell zur Oase kommen und dann... Ah, hier. Alle Kaktieren zerstören. Verdammt, wir müssen dich treffen lassen. Jetzt ihn besiegen. Verdammt. Hier war der Weg dahin nochmal. Ich glaube so war das. Hier haben wir es. Pflanzen zerstören. Umwitzzerstörer. Jetzt können wir ihn vernichten. Ja, sehr gut. Mit alten Schwertwerfer. Ok, was auch immer uns das bringt. Um Schwertwerfer zu haben. Schauen wir es nicht schon die ganze Zeit. Schwertwerfen. Hm. Ok, was machen wir nun? Um... Okay. Das sind welche hier irgendwie runtergehen, damit können die Sachen hier nicht zerstören. Und das hinkriegen... Ah, ok. Und was bringt das? Obwohl wir das Schwert jetzt werfen können. Hm. Ich glaube vielleicht den Ochsen hier drüben, den Stier besiegen. Was ist für ein rechtes Denkbauer drin? Verdammt! Mist. Ich glaube den müssen wir besiegen. Was wäre ich nur unter sie? Ein Herz. Ein Herz gefunden. Oh, wir haben ein drittes Herz. Das ist sehr gut. Und wie können wir die Bäume kaputt machen? So machen wir den Kaktieren kaputt. Vielleicht geht das dann auch mit den Bäumen. Hm. Okay. Und nun... Ich glaube die Hallo? Die Zeit wollen wir wieder zurückkommen. Um uns dann nochmal zu besiegen. Nein, kein Herz. Kein vieles Herz. Schlanke Siegen. Verdammt. Wir sollten zur Fabrik kommen. Wahrscheinlich sind wir in eine falsche Richtung gegangen. Eine Fabrik sehe hier keine. Vielleicht können wir die noch erreichen durch den... Okay. Eine Schlange sollte man sich aber vorbeischleichen. Eine Kiste da oben können wir jetzt ein bisschen bewegen. Ich bin jetzt zu Hause gewählt. Okay, sind wir jetzt wieder zurück. Back und Back. Was bringt es uns die Kiste zu verschieben? Ah, da können wir da drüben durch. Das ist eine gute Idee. Okay. Ich komme da jetzt mal weiter. Genau. Okay, jetzt können wir die... Er macht uns die Brücke auf, wenn wir uns um die kommen. Verdammt. Jetzt können wir die hier abwerfen. Und dann kommen wir bestimmt zur Fabrik. Da gibt es dann mit der Story weiter. Okay. Okay. So gut. Danke. Nehmen wir die alte Kamera. Eine alte Kamera. Okay. Ich finde ein Bild. hier. Minute. Kamera. HTTPS. Minigame. Punkt. Aha. Sekunde. Wir müssen doch mal kurz... Hm. Esst nicht. Esst nicht. Page not found. Schön wie man im Spiel, was einbaut, was nicht funktioniert. Jetzt. Ich nehme ein Bild machen wir da. Ja. Ja. Und nicht das Tool, das ist. Haha. Was für ein nützes Tool. Okay. Wir kommen jetzt zur Fabrik. Da können wir jetzt irgendwie durch. Die Kisten verschieben die da auch noch woanders. Doch da kamen wir jetzt nicht so doll weiter. Oder? Hier oben war irgendwas mit Kisten. Ne. Da waren Schlüssel, die wir schon gerichtet haben. Es ist noch eine Hitze, wie wir hier weiterkommen. Oh. Hier ist ein Hund. Da schaust du so. Was? Okay. 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 Interessant. Hier ist ein sehr schönes Spiel. Da kommen wir nicht weiter, weil wir den Baum nicht zerstören können. Hier haben wir das Fotolabor. Wir sind ein guter. Für Abenteuer taugt sie sicher nicht. Doch sie macht gute Bilder auf. In meinem Laptop findest du Information. Ja. Oder auch nicht. Für Abenteuer taugt sie nicht. Der ist sinnlose Item. Ich würde mal interessieren, was da für ein, was da ein Foto war, was man hätte sehen können. Auf der Seite, wo jetzt viele Filme 4 ist. Ich beahne mir meinen Weg. Ab durch die Mitte, wir haben noch nicht herausgefunden, wie man die beiden mit zerstört. Ok, jetzt die Fotokamera. Weißt du, was eine Kies kann, die muss sich irgendwo rumliegen. Hab ich die irgendwo am Anfang verpasst oder? Ja, die hab ich glaub ich irgendwo am Anfang verpasst. Ich guck mal in den Walkthrough. Ja, das ist ein bisschen schummeln. Und irgendwo muss hier eine Kies kann rumliegen im Spiel. Von durch Turm fand ich die Flashlights. Gibt sich irgendwo Gärtner raus, wo das... Wird mich jetzt komplett bekloppt. Hm. Boah, auf jeden Fall eine Gießkanal. Das erste Ende war ein Schwert. Ja, das ist der Christ, wo die Kram zu besiegen. Okay, dann sind wir da früh. Hm. Kaffee haben wir gekriegt. Und wo hätten wir die Gießkanäger. Gab es einen Schlüssel für das Leithaus. Hm. 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 Oh. Ja. Ich weiß nicht. Da sind wir mehrfach dann vorbei gelaufen. Das ist einmal zum Anfang bitte. Das schaffen wir ja bis zum Anfangslaufen in der Zeit. Muss nicht ganz blöd anstellen. Ich mein Haus rein. Einmal gesaved. Ich schaff mal so jetzt hier in der Zeit. Hier gibt es noch Grasbüsche. Den habe ich übersehen. Gießkanne. Gießkanne. Schwert mal hier gelassen. Jo. Da steht jetzt die Gießkanne. Die können wir aber eher drüben gebrauchen. Die hilft uns jetzt glaube ich gerade weniger. Ich weiß nicht inwiefern die das. Vielleicht bringt das auch was gegen die. Gegen die Bäume. Aber. Schlange töten. Ohne Challenge. Wir kommen nicht heute am Begin-Zong. Sehr schön. Lass dich die Gießkanne. Lass dich die Gießkanne. Lass dich die Gießkanne. Schildermacher, ah ok, sehr schön. Schildermacher, wo war der? Das bringt nichts. Der bringt uns bei Blumenbäumen vernichtet. Tempel, Schildermacher ist hier. Ah, da gibt es die zweite. Der Baum ist nicht weg, aber... Schildermacher, Preisgegründ. Vielleicht kriegen wir da ein neues Haus. So weit laufen können wir wahrscheinlich nicht. Danke für meine Rettung, hol den Gegenstand im Westen und besuch mich bei meinem Boot. Ok. Gegenstand im Westen. Ah ok. Gartenhandschuhe. Sehr schön. Fabriken sind schlecht. Ok. Ah ok, jetzt kommen wir die Bäume vernichten. Sehr schön. Ok, bei dem Boot. Ah, verstehe wo wir hin müssen. Oh, oh, oh. Jetzt kommen wir die Bäume hier vernichten. Ich kann mal den Lächter. Jetzt können wir die Bäume hier vernichten. Sehr schön. Oh, oh. Ein Baum und da ist ein Schlange... Die Richtung kann kein neues Haus sein... Verdammt... Das war nochmal andere, was er zu sagen hat... Aber erstmal... Zurück nach Hause... B-A-L-O... B-A-L-O-O... Genau... Ganz genau das... Ein Baum mit Schlangen, sagte er... So ein Brennholz besorgen... Und ein Bauholz... Wo war das? Das ist doch hier... Sehr schön... Wo waren denn hier Schlangen? Lannst du mir Bootsholz besorgen... Es gibt nur einen Baum und da sind Schlangen... Ok... Ein Schlangenbaum... Im Land... So cool... Ein Fisch am Land... Ja sehr schön... So finde den Schlangenbaum... So finde den Schlangenbaum... Hier hoch können wir jetzt... Ok... Und was seid ihr denn... Verdammt... Ich muss hier lang... Schlangenbaum finden... Ich habe da oben... Auf jeden Fall lang... Da gibt es einen Schatz... Ah... das ist ein Tentapel... Wenn wir uns an den irgendwie vorbei mugeln... Und die nicht besiegen... Oh die Fabrik... Dafür haben wir dann nicht mehr viel Zeit... Das Bett ist oben, sehr schön. Ich öffne weitere Räume. Was gibt es hier zu sehen? Ok, aufs Tor. Wann ist Klu? Aha. Hm. Nicht viel zu sehen hier. Das Dach müssen oder was? Dann mach das. Gib mir mehr. Was hast du noch drauf? Hm. Okay. Warte mal die Zeit ab. Oder so. Ja, was gibt es denn hier? Was gibt es hier noch zu sehen? Die Fabrik. Vielleicht ignorieren wir einfach die Fabrik und gehen weiter. Gibt es da woanders mehr zu sehen? Das war bisher immer so bei solchen Häusern. Hotel. Okay. Das ist gar nicht die Fabrik, das ist ein Hotel. Natürlich. Friedhof. Und ich habe einen Knochen. Das bringt uns der Knochen. Um uns zu finden, finde dich selbst. Jetzt wird es gruselig. Alle Später sind echt. Zeit. Nicht alle Zeit ist Raum. Nicht alle Zeit ist Raum. Nicht alle Zeit sind Geister. Aha. Aha. Oha. Ich könnte eine Bucke stehen. Müsste sich gehen ins Hotel. Ah, okay. Mein liebster Gast hat das Portemonnaie oder etwas verloren. Ist das zu glauben? Okay. Brauchst du recht die Fotokamera? Voll fett hier. Ist egal, das ist mies, doch man wird es bekannt. Aha. Sehr schön. Auf dem. Auf dem. Oha. Pflatzenkubbelde. Okay. Gehe ich nochmal rein, dafür brauchen wir wahrscheinlich die Knochen, na gut ich gehe nochmal rein. Alle Zeit ist Raum, noch mancher Raum ist Zeit. Aham, ich schulde ich. Ähm ja. Geh durch! Ok, was machen wir hier? Was ist denn los? Da haben wir noch den Schlangenbaum, damit wir hier mit dem Schiff weiterfahren können. Da haben wir nur einen Baum mit Schlangen. Ok, das bringt nichts. Hm, sehr mysteriös. Was machen wir? Hm, bringen es vielleicht mal, was die Monster zu besiegen, die dort oben unterwegs sind. Hier kommen wir offensichtlich gerade nicht weiter. Die Schiffen sind immer besiegen. Als erstes die Bogen schützen. Das bringt nichts. Hm. Oh ne, das dauert noch nicht lang. Hier oben. WTF? Ich habe auf C gerückt. Ich habe meine Kreditkarte verloren. Waren willst du suchen? Kalt. Also wärmer. Sehr warm. Okay. Er weiß also wo seine Kreditkarte ist. Heiß. Das ist dir vielen Dank. Das ist dir vielen Dank. Okay. Ein weiterer Hotel Gast bekommen. Ah, hallo. Die Schwertfabrik ist praktisch um die Ecke. Wie kommen wir hier rüber? Wir sind drüben. Sie haben die Brücke kaputt gemacht. Okay. Ah, okay. Dafür haben wir jetzt nicht mehr richtig viel Zeit. Ich zeige dir in einer Gießkanon in der Hand. Jetzt hoch. Bomber. Bomben. Ich verstehe, hier gehts weiter. Wir können Zeit verschwenden. Da wollen wir wahrscheinlich hoch. Was tun wir die Zeit verschwenden? Au. Boah. Oh. Jetzt wär mir ein Wurfschmerz. Sekunde. Falsche Richtung Können wir da vielleicht durch Dann können wir wahrscheinlich nicht hochheben Der Boss ist schlimm, ok Ah, hier sind wir Das Wasser und die Klage Gehen sie in das Zimmer Und wo ist das Zimmer? Na toll Nur Presse Wir brauchen Presseausweis Um darüber zu kommen Wir brauchen Presseausweis Vielleicht von der Presse Ja, das wird sein Keine Zeit Oh je Presseausweis Oh, der Bück ist repariert Das erleichtert einiges Es wartet so So viel Zeit haben wir nicht Um hier zu warten Um hier zu warten Passt aus, was können wir uns vorbringen Wo gehen beiden her Die Banke besiegen vielleicht Und einen der Hotelbewohner befragen Endlich Sie sehen uns vor Gericht Die sind brutal Was ist das Vielleicht haben wir diese Fabrik Ok Wir sind in unserem Zimmer Ok Schütteln Ein Besuch Hier kommt man nicht so recht gegen Was machen wir als nächstes Es macht Hesta Um 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 Okay, da kommt man theoretisch aufs Dach hoch. Wenn jemand die Gießkanne und die Leute gießen oder... Das bringt nichts. Okay, die Dinger können wir nicht besiegen, die dort drüben sind. Vielleicht tun die Scheiter dort drüben irgendwas. Was könnte sein? Scheiter bezieht sich das mal tot und man den richtigen bezieht sich. Okay, hier gibt es nur den Einschalter, der in diese Richtung ist. Jetzt aktivieren wir den richtigen. Okay, vielleicht haben wir den schon aktiviert. Ach, das war der Schalter für die Brücke, aber was zum Henker... Was zum Henker hat die... Was löst die Leiter aus? Ich sehe da oben was leuchten... Da sind so kleine Witze noch auf dem Dach. Wie kommen wir da hin? Das ist bei mir nichts. Hm... Die Bombe können wir uns nicht mitnehmen oder... Die Bombe können wir uns nicht mitnehmen. 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 Wir müssen auch mit allen Leuten um uns herreden, das ist ja besiegen geht nicht. Der Kollege ist nicht auf seinem Zimmer, das hat nur Grund. Wir brauchen einen Pressausweis, der wahrscheinlich auf dem Dach ist oder wo kriegen wir den her? Ja und da ist etwas anderes. Ist das die Typen irgendwie zu besiegen oder? Erst wenn es an der Oberfläche sicher ist kann ich ins Hotel. Ok, ihn müssen wir noch holen. Ist auch eine Quest, ihn zu retten. Er ist abgetaucht. Ist der schon weg oder was? Ok, jetzt sicher, jetzt müsste er... Ah ok, der ist oben auf dem Dach. Schon da oben. Am Weg kriegen wir die verdammte Presseakkreditierung. Auf das Dach kommen wir. Auf das Dach. Tja, ich benutze jetzt einfach mal... Ich benutze einfach mal die Komplettlösung. Es gibt doch zu jedem Spiel eine Komplettlösung. Ich benutze einfach mal die Komplettlösung. Ok. Ich benutze einfach mal die Komplettlösung. Wir müssen noch das Boot holen. Das ist das Ding, was wir... Wahrscheinlich kriegen wir dort auch die Presse-Sache. Ok, ich glaube wir laufen einfach mal... Versuchen einfach mal zurückzulaufen. Da ist nicht irgendwo das schaffen. Und dann hier beim Haupthaus. Da gab es nur einen großen... Wer soll es für uns geben? Ok. Brotsholz. Na süß doch. Dann können wir das mal hinkriegen. Ok, das haben wir schon. Hätte mir doch mal jemand sagen müssen. Auf zum Lichtsturm. Ich muss ein paar Sachen reparieren, aber dann drehen wir eine Runde. Ok. Komm beim nächsten Mal wieder, oder was? Müsst du ihm noch was bringen. Ah, sehr schön. Schön war hier raus. Wo bringt er uns hin? Oh, Tentackel. Ok. Er hat sich gerückt zum Scheiß. Ist doch ein Mist. Ok. 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 Ein bisschen safe aus. Sehr schön. Ok. Ok. öğrenING Ok. ulasiniz Ich habe einen Fehler. Was tun wir hier? Aha. Ok, jetzt gehen wir das mal hier rüber. Mist. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ok. Ok. Wollen wir das Terminal auch ok kriegen? Müssen alle hochgehen oder was? Nun kommen wir hier nicht mehr rüber. Ja. 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 Ah, ein Schlüssel, ein Kellerschlüssel, was macht Sinn, wo können wir ein Keller, jahoo. Osten, Flieger, ok, ok, ein U-Boot, was zum Hacker, wo sind wir, was sollen wir in der Zeit schaffen. Boot. Das geht jetzt wirklich nicht. Terminal, ok. Der schnellste Weg wäre jetzt einfach das hier. Das ist schon oft geschehen, doch nie war es so schlimm. Oh, ok, wo sind wir jetzt hier gelandet. Ok. Oh. Oh, im Haus, im Haus, im Haus, was tun wir jetzt hier? Mhm. Jetzt sind wir ja wieder hier, oder? Hm. Oh. 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 Oh wow, oh. Und zum Hotel ist noch drüben, hier war noch was. Ich glaube, ich spreche hier mal zwischen. Oh, kein Safe Point. Ich kann das auch jetzt hier beenden. Jetzt hier mal. Hier geht es lang. Und hier ist noch mal wieder zurück. Wenn wir auch als Abkürzung nehmen können. Und hier ist noch mal wieder zurück. Und hier geht es lang. Ich habe den Beek für den 1. Und hier geht es lang. Ich glaube, hier ging es weiter, oder? Hier ging es zum Hotel. Okay, auf jeden Fall können wir das hier zerstören. Ach ja, hier ging es zum Hotel. Schnell weiter. Schaffen wir nicht mehr. Verdammt. So knapp. So knapp. Jetzt müssen wir uns alle Hotelgäste vorbekommen. Das ist das Ding. Ah ja, ich erinnere mich hier durch. Die Schwarz-Insel kommt noch nicht. Die Schwarz-Insel kommt noch nicht. Alles ist hier nicht aufhalten. Wenn wir da hochkommen, weiß ich auch noch nicht. Das Presse-Ticket kriegen wir auch noch nicht. Nehmen wir hier einfach nur ein Presse-Ticket. Super knapp. Hm. Ich werde noch kurz mal nachschauen. Mit der Kreditkarte haben wir auch schon gerettet. Den an der Sumpf haben wir schon getötet, den haben wir schon nicht getötet, der ist schon im Hotel Nr. 2, den an der Brücke haben wir gerettet und eigentlich hatten wir auch den Mützchen, der sich hinter den Kisten verbirgt, den haben wir als erstes gerettet. Hm, vielleicht müssen wir den nochmal machen, das ist echt, das müssen eigentlich alle sein. Ne, das war auf der Seite. Was haben wir eigentlich gemacht? Ne, hatten wir schon. Was fehlt hier noch? Das ist ein Friedhof, jetzt können wir die Knochen mitnehmen. Die Knochen mitnehmen und den Hunden nehmen und teleporten in unserem Zimmer. Die Knochen bringen auch nichts. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Das könnte ja hier sein, und we少 aus Sumpf was war, das criticsktdie. Nehmen wir nämlich noch ein Hit手. cursoren Sie auf der Knochen. Wir haben jetzt Diese Knochen. ich kann gar nichts anderes nach komplett lösung zu ziehen zu kriegen mies aber es wäre jetzt blöd hm Hier kommt eine verdammte Fabrik. Das ist wahrscheinlich die Fabrik, wo wir rein wollen, das wird die Fabrik sein, ich finde, das ist mir der P-Tick nicht. Das wird die Fabrik sein. Einen Presseausweis kriegen wir noch so her, habe ich keinen Plan. Ok, ich glaube, bevor es hier noch frustrierender wird. Haben wir jetzt hier schon fast 2 Stunden 30, 2 Stunden 13 haben wir jetzt auf dem Timer. Ich würde sagen, lang genug haben wir es gespielt hier. Ach Sekunde vielleicht, ich versuche noch eins. Das wäre idiotisch, aber da kommt nur die Presse rein. Als ob. Ein Pressehund darf rein. Ah nein. 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 Und du? Jetzt kommen wir hier nicht mehr durch oder was? Ich wollte gerade schon aufgeben. Ohne Kamera kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal durch oder? Ah ok. Jetzt kommen wir hier durch. Sehr toll. Endlich bist du hier. Die gesamte Fabrik wird verflucht. Bitte rette uns. Ok. Wie kann ich euch retten? Aufs Klo. Ach hier sind wir. So. Mhm. Ok. Das kriegen wir noch hin. Jetzt sind wir in der Fabrik. Da muss doch. Oh. 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 Das ist jetzt Presse kommt. Ok, da ist eine Barriere, hier haben wir die ausgeschaltet, das soll da durchkommen. So nicht, ach so, da ist eine Tür, verdammt, hier können wir da unten was rocken. Ich entdecke so die Kleinigkeiten erst, zum Schluss. Sicken wir zwei, retten wir das doof, von der Fabrik. Oh, Schwerterfabrik. Aber ja. Mach kaputt. Jetzt kommen wir hier durch. Autsch. Jetzt nicht. Jetzt ist doch das hier. Das ist bestimmt hier hoch. Ist dann der Weg frei. Ich hoffe doch. Nicht, dass wir das alles in einem Zug machen müssen. Ist ja ein bisschen heftig. Einmal sabotiert, immer sabotiert. Und wo sogar das Papier wieder da ist. Ah ja, hier ist offen. Jetzt kommen wir hier durch. Wir haben noch weitere Münzen gefunden. Oha. Dann brauchen wir noch weitere Münzen hier. Sekundenwecke noch hier. Er ist zu Hause gewählt. Okay, jetzt haben wir eine Abkürzung. Was bringt uns das jetzt? Hm. Wir haben aber immer noch nicht sieben Münzen. Schön, dass wir hier zwischengespechert haben, aber... Vielleicht kommen wir wahnsinnig unten gekommen. Bestimmt. Wir haben jetzt keine Zeit mehr für, aber... Wir haben jetzt zu lang gehen. Wir nutzen das nichts. Wir gehen hoch und gehen. Was tun wir nun? photographs, und was für einen Plan? Wir verstellen sich. Okay. Irgendwann können wir was auf der rechten Seite machen. Wir können auch irgendwas machen. Das ist ein kleines Rätsel und das kriegen wir doch hin. Die Fabrik steht still. Noch nicht ganz. Ich habe keinen Teil der Fabrik haben was stillgelegt. Jetzt. Jetzt liegen wir den anderen Teil der Fabrik still. Okay, vielleicht kommen wir ja wirklich da drüber. Das war beim ersten Versuch, sah das nicht so aus. Das wäre noch Klingen geliefert. Okay, wie kommen wir jetzt hier drüber verdammt? Das würde nicht so ganz klappen. Jetzt kommen wir da hin. Jetzt kommen wir da hin. Hier irgendwie was ausrichten. Hmm. Hmm. Jetzt kommen wir nicht runter vom Fließband. Wir müssen da irgendwie die Fabrik blockieren. Wir müssen von oben erstmal was ausschalten, damit wir irgendwann da rüber kommen. Ich weiß es nicht. Hier die Fabrik. Hier die Fabrik. Hier die Fabrik. Ich weiß es nicht, dass es irgendetwas helfen wird. Ah ok. Jetzt kommen wir her. Das ist ein Umweg, der uns wertvolle Zeit blustert. Das ist ein bestimmter Kranreinfolger, wie die eingestellt sein müssen oder so. Na komm, jetzt packt mich der Eingeheiz. Das ist ein bestimmter Kranreinfolger. Ich komme da nicht bis hin zu der... Irgendwas muss man da doch verstellen, damit das hier... Das ist total nix. Ich kann mich hier nicht über die Brücke richten, da muss doch... Und wenn wir die beiden Dinger noch reparieren... Ansonsten weiß ich nichts. Ich kriege mich hier auch nicht weiter. Ich bin auf jeden Kreis, das bringt mich nicht ans Ziel. Das ist jetzt auch nicht die Lösung? Ich komme hier nicht über das Band, da müsste ich halt hinkommen, um dann die Kisten zu verschieben. Ich kann es nochmal von unten versuchen, aber von der anderen Seite zu kommen... Ansonsten sehe ich hier wirklich keine Lösung. Da ist nix. Das tut nix. Nix wird man damit diese Station zerstören können. Ich habe keine Idee, wie ich da jetzt... Das ist Buggy. Gut, ich würde mal sagen... Danke fürs Zuschauen. Es ist fast bis zu Ende gespielt. Ich glaube, das ging nur noch... Diese Fabrik hier. Und dann hätten wir es geschafft. Gut, ich würde mal sagen... Dann hätten wir das Ding... Lange genug haben wir es gespielt. Wir sehen uns morgen. Ich docke zu Minecraft wieder, wenn mich nicht alles täuscht. Minecraft gibt es dann. Zeit erst zu beenden hier. Danke fürs Zuschauen. Und... Unterrinne. Tschau. Schau. Schau.